So, die nächste Frage, die im Vorfeld an uns herangetragen worden ist, zum Thema Jira. Wo werden Dateianhänge in Jira gespeichert? Wird das System langsam bei vielen Anhängen? Ist ja ganz einfach zu beantworten. Nein, Jira wird nicht langsam, wenn sie viele Anhänge einfügen. Teilweise wird das sogar sehr intensiv von riesengroßen Organisationen genutzt, die dann 200.000 oder noch mehr Issues anlegen. Und es wäre fatal, wenn die Daten an Dateianhänge zum Beispiel in der Datenbank gespeichert werden. Das ist in Jira nicht der Fall. Dateianhänge werden im System hinterlegt, als Dateien tatsächlich. Und insofern brauchen sie sich keine Gedanken darüber zu machen, dass die User da zu große Datenvolumina in das System einspielen. Das hat keine direkte Auswirkung auf die Systemperformance. Dafür werden die Dateianhänge in Jira allerdings auch nicht durchsucht. Aber das ist in der Regel auch nicht erforderlich. Insofern gibt es da Entwarnung. Kein Problem. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss.